Ja, habe gerade mal gesichtet, was das Internetfernsehen so zu bieten hat. Und das ist leider nicht so viel besser als das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Alles oberflächlich, alles symptomorientiert, überhaupt keine Ursachenfragen, gar nichts. All das Niveau, ich hoffe, Sie sind natürlich auf diesen Sendern hier, Next Scientist for Future, Weltrat und den Re-Upload-Sendern, die immer dankenswerterweise auch unsere Sendungen re-uploaden. Da sind Sie an dem einzigen Ort, wo es um Ursachenerklärung und um die Therapie der Probleme geht. Und alles andere bewegt sich im erschreckend oberflächlichen Bereich. Also nur bei uns erfahren Sie, dass unser Wirtschaftssystem, die von so vielen so hoch gelobte soziale Marktwirtschaft, ein Killer ist, der Ihr Killer ist. Weil darin sozusagen alles, was Ihnen schadet, aber gleichzeitig gute Profite bringt, aufgrund von vorteilbringenden Irrtümern oder auch kriminellen Plänen einfach gemacht wird. Weil wir das Gute tun, das Gutes tun sozusagen, weil wir Gutes tun nicht ausreichend in den letzten 400.000 Jahren durch starke, positive Anreize belohnt haben. Und deswegen besteht die Welt aus schlechtes Tun, weil das in den meisten Fällen profitabler ist. Also gibt es dann kriminelle Pläne und Absichten, die sich an Ihnen bereichern. Sie als WählerInnen sind immer das Opfer sozusagen. Es geht immer darum, Ihnen Ihr Geld abzuzocken, Ihre Gesundheit, Ihre Langlebigkeit und Ihr Lebensglück abzuzocken, sozusagen. Weil Sie, wenn Sie weniger Lebensglück haben, einfach durchschnittlich mehr kaufen. Und deswegen braucht man Sie als unglückliche Menschen. Und diese Ursachengeschichte, die richtig zu verstehen und die Therapie zum Richtigzumachen, nämlich gekonnt positive Anreize anhand von allgemeinen Messgrößen und speziellen Messgrößen für jede Sparte der Gesellschaft, mit der Sie zu tun haben könnten in Ihrem Leben. Da ganz gezielt so starke positive Anreize, nicht zu große positive Anreize, sonst wird es zu teuer oder zu aufwendig. Aber genau so viel positive Anreize zu setzen, dass alle in der Gesellschaft Ihnen Gutes tun müssen, liebe WählerInnen, das gibt es nur hier. Ja, denn alles andere ist oberflächlicher, ja, ist eigentlich inhaltsleeres Irrtumsgerede. Es spielt doch keine Rolle, wie sich die Dinge gerade im Moment verhalten. Wir sollten uns doch gar nicht mehr über Symptome unterhalten, sondern nur noch über die Ursachen und die Therapie auf der Ursachenseite, sodass schlechtes Tun aufhört. Sowohl das Kriminelle als auch das aus Irrtümern heraus, den Vorteilbringenden Irrtümern, die sich dann und die, sowohl die Vorteilbringenden Irrtümer als auch die kriminellen Pläne wandeln sich ja in ihren Köpfen um als parasitäre Meme beziehungsweise Killerviren des Geistes, durch die Sie einer Gehirnwäsche unterzogen werden, die entweder dem Kriminellen dient oder dem sich irrenden Geschäftsbetrieb oder Behörde oder was auch immer und den Karrieremöglichkeiten der Behördemitarbeiter dient. Also am Ende, egal ob krimineller Plan oder vorteilbringender Irrtum in Ihrem Kopf, denn auch die Verbrecher werden Ihnen natürlich Lügen erzählen, also Unwahrheiten erzählen. Nur werden Sie sich bewusst sein, dass Sie Ihnen Lügen erzählen, während die mit dem vorteilbringenden Irrtum geben einfach nur Ihren Irrtum weiter und werden in dem Bewusstsein Ihnen die Unwahrheit sagen, dass Sie Ihnen die Wahrheit sagen würden. Und entscheidend ist, dass egal was ist, egal ob verbrecherischer Plan oder nur unabsichtlicher vorteilbringender Irrtum, bei Ihnen im Kopf kommt das immer, bei Milliarden Weltbürgern kommt es als Killervirus des Geistes an, als gehirnwaschendes, parasitäres Mem, schmarotzerisches Mem. Es geht darum, an Ihnen als WählerInnen zu schmarotzen. So, hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte schneller drehen hier, weil ich ja so langsam spreche. Wir haben gestern ein ganz tolles Telefonat mit einer Professorin, die Mitglied ist in die Basis und das Gespräch war so positiv, ging auch sehr lange, ich glaube fast zwei Stunden, schätze ich jetzt mal. Und das Ziel will darauf hinwirken, dass Schleunix, das Wahlprogramm der Basis, in unsere Richtung, unsere Reformkompetenz geändert wird und damit man eben nicht die Wahlchancen verpasst und das dann auch. Wir waren uns einig, mein Schlusswort war, wir wollen niemals die einzigen Experten, Schrägstrich Reformer sein, sondern wir müssen doch immer die andere Seite hören. Wir wollen doch nie wieder Trosten, Wieler, Lauterbach und nicht Bakhti Wodak, Schiffmann hören, sondern wir wollen doch mehrere Seiten der Medaille und auch immer die Gegenseite hören. Deswegen freue ich mich, wenn die Basis unserem Ruf folgt und mehrere Experten zu Rate zieht und dann aber die Parteibasis der Gesamtpartei darüber entscheiden darf, denn das erste Wahlprogramm in Baden-Württemberg entscheidet über das Sterben oder Leben der Gesamtpartei, der Deutschlandpartei, die Basis. Und das muss die gesamte Parteibasis konsensieren. Dabei besteht auch die Hoffnung, dass die vielen Mitglieder der deutschlandweiten Partei, alle Mitglieder zusammen, vielleicht etwas näher an einer repräsentativen Wederstichprobe sind. Und deswegen auch vielleicht beim Konsensieren ein vernünftigeres Ergebnis, nämlich eine Entscheidung zugunsten der nextscientistsforfuture.de als Hauptexperte und Hauptreformer sozusagen geschehen könnte. Während zum Beispiel möglicherweise die Mitglieder des Landesverbandes Baden-Württemberg alleine vielleicht etwas zu weit entfernt sein könnten von einer repräsentativen Wäherstichprobe. Es kann natürlich auch genau umgedreht sein, aber ich würde erstmal davon ausgehen, dass eine größere Wählerstichprobe eine größere Chance hat, vielleicht doch einer repräsentativen Wählerstichprobe zu entsprechen. Ja, und dann hatten wir darüber gesprochen, dass dann vielleicht die ersten Talkshows bei Ovalmedia stattfinden werden, die ersten großen, denn bis jetzt laufen ja nur die kleinen Talkshows der Tür durch die Sender. Und wir brauchen jetzt eben die Oberliga der großen Talkshows der Tür durch die Sender, um dann mit 20 Millionen Klicks im Internetfernsehen zu erreichen, dass bei der Landtagswahl Baden-Württemberg dann zum Beispiel die Basis wirklich gewinnen kann. Ja, und dann würden wir natürlich auch anregen, dass die Partei Wir 2020 und alle anderen Neuparteien bitte zurückziehen mögen. Denn wenn wir dann, sagen wir mal so, 20 Millionen Klicks im Internetfernsehen haben, dagegen kann dann sowieso Wir 2020, egal in welcher Variante, nichts mehr bewirken, sozusagen. Ja, und dann hatte ich vorgestern ein ganz tolles Gespräch mit einer der größten Managementberatungsfirmen der Welt, die bei uns auch zurückgerufen hat. Und da hatten wir eine Stunde, ein sehr gutes Gespräch, wobei wir uns ja eben jetzt die Frage dann stellen, ja, wobei man muss jetzt gucken, ob die sich wieder melden und noch mehr wissen wollen. Was daraus resultierte für uns, das ist eigentlich, ich hätte denen anbieten sollen, dass wir das Produkt des Weltrates sozusagen so zusammenfassen sollten, Na, das ist ja ein Ding hier, dass wir also so formulieren sollten, guck oder weiter mit SC. Also die Frage wird sein, wenn die sich jetzt bei uns melden würden, dann würden wir wahrscheinlich das frustrierende Staatscoaching SC, Staatscoaching, vorübergehend pausieren lassen, bis wir dann mal ein paar hundert Millionen zur Verfügung haben, um das von der Werbung her richtig, um die Reformen des Weltrates für das Staatscoaching richtig bekannt zu machen. Und das Großunternehmenscoaching, guck, ja, das würde dann halt dafür das Geld liefern, denn beim Staatscoaching ist das Dilemma, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Welt dessen, wo wir uns, wo wir uns bewegen können im Staatscoaching, Gespräche mit Politikern, mit Parteien, meistens dann mit Assistenten oder Sekretärinnen der Parteien, dass da doch das Bildungsniveau doch so niedrig ist und das Intelligenzniveau doch so erschreckend niedrig ist, dass wir da nur schwer weiterkommen, weil wir quasi dann auch ja an die WählerInnen quasi nicht rankommen, weil es sind ja immer Leute dazwischen, zum Beispiel auch im Internetfernsehen, nur die großen Sender, die riesige Zuschauergemeinden haben, nur die könnten erreichen, dass dann mal hunderttausend Leute erfahren von unseren Reformen, ja. Und beim Großunternehmenscoaching ist der Vorteil, das hat sich auch gleich in diesem Gespräch von etwa einer Stunde mit einer der größten Managementberatungsfirmen der Welt gezeigt, dass da natürlich schon der Intelligenzlevel eine ganze Nummer größer ist einfach. In der Wirtschaft sind die klügeren Leute, da wird auch mehr Geld verdient und außerhalb der Wirtschaft, so in dem politischen Kontext, wird weniger Geld verdient und es sind durchschnittlich auch natürlich die weniger klugen Leute dort. Aber gut, im Moment muss, wir warten im Moment mal ab, ob diese große Firma, die für uns der richtige Partner wäre, ob die sich wieder meldet und es weitergeht mit den Talks sozusagen. Und was hätte ich aber auch sagen sollen, dieser Dame, ja, wir könnten doch das Produkt nennen, sozusagen Krankenstand drastisch senken, Kantinen, Betriebskrankenkassen und Betriebsärztesystem völlig neu strukturieren. Das wäre so ein Produktname, ne, könnte man doch mal so nennen. Ja, und zwar, da wäre es dann so, dass wir sozusagen vielleicht zu den Vorstandsvorsitzenden eines Großkonzernes fragen würden oder die entscheidenden Vorstandsmitglieder eines Großkonzernes fragen würden, wie blicken Sie denn auf Ihre Kantinen und auf die Betriebskrankenkasse und die Ärzte, wie blicken Sie darauf? Sagen Sie einfach mal, wie Sie da so, was Sie da so, wie Sie da so draufblicken und was Sie da so für Gedanken zu haben, spontan. Dann würden die vielleicht sagen, ja, die Kantinen, was weiß ich, versorgen unsere Mitarbeiter mit Essen und ja, so. Dann würde ich sagen, ja, da haben Sie den völlig falschen Blick. Die naturwissenschaftlichen Ergebnisse der besten Professoren der Welt in den letzten Jahrzehnten, letzten 50 Jahren, über 50 Jahren, sprechen eine ganz andere Sprache. Ihre Kantinen und die Betriebskrankenkassen und die Ärzteschaft im Betrieb oder rund um den Betrieb, Ihre Kantinen vergiften Ihre Mitarbeiter und reduzieren die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter. Und wie können wir jetzt hingehen und eine Rangliste, zum Beispiel der teamleitenden Köche in Ihrem Großunternehmen weltweit, wie können wir die in Ranglisten bringen, wo derjenige, der Ihre Mitarbeiter am meisten vergiftet, und Sie sollten nicht davon ausgeben, dass es auch nur einen der teamleitenden Köche gäbe, der Ihre Mitarbeiter nicht vergiftet. Das wäre völlig antinaturwissenschaftlich unrealistisch. Ich erkläre Ihnen auch gerne, wenn Sie das unbedingt wissen wollen, die Ursachenherleitung, warum es so sein muss, dass jeder Koch und jeder zwangsläufig ein Vergifter sein muss. Das geht nicht anders. Es gibt da Naturgesetzlichkeiten, die dazu geführt haben, dass unsere Systeme in den letzten 400.000 Jahren die Giftmischerei sozusagen ohne böse Absicht, ohne Bewusstsein, die Köche gehen wahrscheinlich abends alle nach Hause und erleben sich als die, oh, heute habe ich wieder die Mitarbeiter, so toll gesund ernährt, ja, aber die Wahrheit ist, dass Sie sie vergiftet haben. Und das ist genau der Punkt, weswegen wir ja hier sind, dass wir Ihnen die Wahrheit sagen können, die naturwissenschaftliche knallharte Wahrheit. Und wie lösen wir das Problem? Wir lösen das Problem, indem wir Leistungsranglisten erstellen, wo jeder teamleitende Koch sozusagen die Köche, die die Leute am meisten vergiften, kommen in die unteren Regionen der Ranglisten und die, die die Leute, die ihre Mitarbeiter am wenigsten vergiften bisher, die kriegen die Plätze 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter, ja. Und welche Messgrößen brauchen wir dafür? Zum Beispiel müssen wir feststellen, welche Mitarbeiter bei welchen Teamleitern jeweils essen. Dann muss das statistisch ausgewertet werden. Am besten müsste man für bestimmte Zeiten Zuständigkeiten machen, sodass also bestimmte Mitarbeiter nur bei bestimmten Teamleitenden Köchen essen sozusagen. Und das Gleiche, was ich jetzt sage, gilt alles auch für die Betriebskrankenkasse. Für die Betriebsärzte können Sie die 1 zu 1 übertragen, ja. Und dann schauen wir, Teamleitender Koch A ernährt diese Gruppe an Mitarbeitern mit der Frage Nahrungsergänzungsmittel ja oder nein. Nein, das sollte man dann alles sozusagen den Teamleitenden Köchen, die sich ja da abstimmen können mit einem bestimmten Betriebsärzt. Vielleicht macht man das so, dass man eine Teambildung macht. Jeder Teamleitende Oberkoch sozusagen wird mit einem der Betriebsärzte assoziiert und dann werden die Zuständigkeiten gewechselt und so weiter. Und die Betriebsärzte entscheiden auch über die Frage der Nahrungsergänzungen ja oder nein oder wenn ja, welche, in welcher Menge. Und natürlich müssen das auch dann die Mitarbeiter wissen, wie viel sie kriegen oder was sie kriegen. Und ja, und dann letztendlich würde dadurch eine Evolution in Gang kommen. Dann kämen würden wir mit unseren Leuten wiederum ihre, nach und nach alle ihre Teamleitenden Oberköche und Betriebsärzte schulen, also in, wie geht denn gesundes Nahrung zubereiten und kochen, ja. Ja, wie geht das denn, eben was weiß ich, 50 Prozent gekocht, 50 Prozent roh und so weiter. Ja, wie gehen solche Sachen, ja. Und wie macht man sowas praktisch, wie kauft man ein, ne. Und wie, ja, und dann fangen plötzlich ihre Teamleitenden Oberköche sozusagen an, wirklich aus der Giftmischerei auszusteigen und immer gesündere Nahrung zu erzeugen. Und dann guckt man, wie sich die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter, wie sich deren Leistungsergebnisse und deren, in deren Ranglisten sozusagen, wie die sich in den Ranglisten verschieben, vielleicht die Mitarbeiter, die ein bestimmter Teamleitender Oberkoch sozusagen ernährt und füttert sozusagen, wenn die, die machen vielleicht einen großen Sprung nach vorne in der Leistungsfähigkeit und in dem, was sie für das Unternehmen an Leistung bringen. Und andere machen diesen großen Sprung nicht, sondern da geht es vielleicht sogar in die schlechtere Richtung, ja. Und dann können sie die Zuständigkeiten noch wechseln, dann können sie das nochmal verifizieren, indem sie sehen, aha, wenn dieser in den Ranglisten ganz oben stehende Teamleitende Oberkoch einer anderen Gruppe an Mitarbeitern zugeordnet wird, dann verbessern sich auch relativ schnell deren Leistungswerte für das Gesamtunternehmen und, 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 und deren Ranglistenpositionen in Relation zu den anderen, die bei anderen Leuten essen und so weiter. Ja, und dann haben sie, dann kriegen sie endlich Zug rein und sie haben nicht mehr, ihre Mitarbeiter werden nicht mehr alle vergiftet und in die Leistungslosigkeit hinein vergiftet, sondern nach und nach wird das immer besser und immer besser. Sie lösen quasi eine Evolution in ihrem Unternehmen auf, aus in die richtige Richtung, ja. Und das kann ich Ihnen jetzt alles so erzählen, weil Sie das sowieso nicht können, ja. Also auch wenn Sie jetzt das irgendeinem Großunternehmen anbieten, Sie hätten, am Ende würden Sie tausend Fehler machen, weil es gibt keine andere Ausbildung außer über 50 Jahre Wissenschaftserfahrung und wenn Sie die nicht haben, solange Sie die nicht haben, können Sie das nicht. Wir waren uns einig, dass die Mitarbeiter dieses, eines der größten Managementkonzerne, Beratungskonzerne der Welt sozusagen, dass die bei uns mitlaufen könnten und dass die dann immerhin besser wären als die Konkurrenz, wenn die bei uns alle so viel wie möglich abgeschaut haben. Aber natürlich können die das eigentlich dann ohne uns nicht hundertprozentig, nicht so richtig, aber die haben dann immerhin was dazugelernt und können vielleicht ein bisschen besser danach arbeiten und können dann diesen großen Managementberatungskonzern zum Weltmarktführer machen sozusagen, wenn wir uns dann längst wieder dem Staatscoaching widmen. Denn das Staatscoaching ist uns natürlich viel wichtiger als das Großunternehmenscoaching. Ja, und das heißt also, ja und das Entscheidende ist, der Weltrat hat ja versprochen, dass er ein Großunternehmen oder einen Staat kostenlos coacht, ja. Und coachen heißt wirklich direkt an der Seite sein und die Reformen direkt jeden Handgriff überwachen und lenken und steuern, ja. So, dass die Politiker und die ganzen Ministerialbeamten oder auch die Mitarbeiter der Großunternehmen nicht einfach wieder Fehler machen, ja. Einfach den anderen die Hand führen. Das meint Staatscoaching und Großunternehmenscoaching, ja. Und das geht auch über Bildschirme, über Online-Konferenzen in jedem Winkel der Welt, ja. Ja, aber dieses kostenlose Angebot gilt natürlich nicht mehr, wenn einige, und das ist okay im Weltrat, einige ihre Mitgliedschaft im Weltrat und bei den nextscientistsforfuture.de ruhen lassen werden. Und es ist schon vorbesprochen, dass dann auch die absolut besten Leute mit dabei sind und die dann vorübergehend ihre Mitgliedschaft ruhen lassen und dann eben die Erlaubnis haben, kommerziell dabei mitzuwirken, sodass dann dieses Prinzip, 80 Prozent kriegt das Großunternehmen im Bereich Managementberatung und 20 Prozent laufen auf quasi das Konto derer, die ihre Mitgliedschaft ruhen lassen. Und diese Gelder werden dann von diesem Konto wieder dann dem Staatscoaching zur Verfügung gestellt. Natürlich allerdings mit einer Aufwandserschädigung für die, die vorübergehend ihre Mitgliedschaft im Weltrat ruhen lassen, dass die kleine Teile davon, kleine Aufwandsentschädigungen davon abbekommen. Aber der Großteil wird reserviert, quasi als Spende für das Staatscoaching. Ja, und damit haben wir die Sache doch schon erklärt. Jetzt kommen noch hier die Kurznachrichten. Also erst einmal, was sind die unsere üblichen Tagesthemen? Unsere wissenschaftlichen Tagesthemen, unser wissenschaftliches Heute-Journal, können wir hier noch mal schauen, kurz. Ja, insofern sind das natürlich auch News zu Wir 2020 und die Basis nämlich, dass es sein könnte, dass wir uns mehr aufs Großunternehmenscoaching konzentrieren und dann sowieso diese Parteien sowieso sterben und sowieso in die Bedeutungslosigkeit fallen würden. Und damit auch sozusagen auch die Assoziation von Bakhti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen mit diesen Parteien, mit diesen beiden Parteien dann auch natürlich ergebnislos verpuffen wird. Denn wir haben ja gesehen, dass dieser hochprominente Michael Ballweg gerade mal 2,6 Prozent bekommen hat. Denn eben ohne ein hochkompetentes Wahlprogramm, nur wegen irgendwelcher Krisenthemen, wählt kein vernünftiger Bürger eine Partei für vier Jahre nur für eine einzige Sache, die innerhalb einer Sekunde getan ist. Sondern da muss auch klar sein, mit was wollen die uns regieren. Und wie gesagt, bis jetzt sind die Landtagswahlprogramme Baden-Württemberg von Wir 2020 und die Basis fast identisch, sehr linksradikal und anthroposophisch angehaucht. Und das dürfte für den normalen Wähler eine unwählbare Mischung sein. Also eine öko-linksradikale, marxistische Partei mit dem Schuss Anthroposophie, das würde weder ich wählen, noch irgendein vernünftiger Wähler, WählerIn würde so etwas wählen. Ernsthaft, weil den Weg in die DDR brauchen wir nicht noch einmal. Ja, und eben ein Wahlprogramm braucht auch kein Mensch, wo der Wähler, der einmal alle vier Jahre die Chance bekommt, eine Partei zu wählen, die ihm Gutes tut. Und er sieht dann an der Hand der Wahlprogramme, ja, da geht es mehr darum, der Welt Gutes zu tun, der Umwelt Gutes zu tun, der Natur Gutes zu tun, den Tieren Gutes zu tun. Aber wo bleibt die WählerInnen? Ja, die ist nicht ganz so wichtig, sozusagen. Das ist nach meinem Empfinden, nach unserer Analyse, der Tenor dieses Wahlprogramms. Und so kann man den WählerInnen nicht kommen. Bei uns heißt es, wir gucken nach der Welt, nachdem wir nach Ihnen als WählerInnen geguckt haben. Wir gucken darauf, dass wir uns so viel um die Umwelt kümmern, die Tiere und die Natur, dass es Ihnen messbar besser geht, Ihnen, liebe WählerInnen. Für uns ist die Umwelt nur so weit wichtig, dass Sie saubere, ungiftigere Luft, Wasser, Nahrung usw. bekommen. Aber Sie interessieren uns, nicht die Tiere. Ein Löwen interessiert auch nicht, was aus den Tieren wird. Sondern der Löwe ist nur interessiert daran, dass er da ein gesundes Fleisch hat. Und das sind Sie als WählerInnen auch. Und wir sorgen dafür, dass Sie gesundes Fleisch kriegen. Und mehr machen wir nicht. Ja, und all diese romantische Geschichte, Ach, die Welt müssen wir heilen und retten. Die Umwelt, die Natur, die Tiere. Alles ist wichtiger als unsere WählerInnen. Dieser Grundtenor, dieser Geist, der in den Wahlprogrammen aus unserer Sicht spukt. Ich fürchte, die WählerInnen werden das nicht wollen. Und die werden auch keine Gemeinwohlökonomie wollen, die mit schwammigen Daten, die irgendwelche wackeligen Wirtschaftsprüfer für Gemeinwohlbilanzen als Schätzwerte erzeugen. Und hinter denen ein Kopf steht, Christian Fellber, der auch als Herz-Jesu-Maxist bezeichnet wurde, zu Recht, ja, und mit Recht von vielen Kritikern, dass, ich glaube nicht, dass die WählerInnen warten auf unsere gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, die aber vernünftig ist, wo so harte Daten, die unverrückbar sind, wie Wohlfühlstimmen der WählerInnen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Reichtumsdaten oder Wohlstandsdaten der WählerInnen über alles entscheiden, über die Verdienstzuschüsse für die Firmen und Konzerne, wo der Lobbyismus von heute auf morgen endet und so weiter. All das, darauf warten die WählerInnen. Und das haben sie in der simulierten Bundestagswahl zu 56 Prozent gewählt und haben sich dann begeistert geäußert. Also die Dame von einem der größten Managementkonzerne der Welt hat versprochen, dass sie sich mal die WählerInnen-Kommentare sorgfältig durchliest, weil ich ihr versprochen habe, da fällt sie dann vom Stuhl. Weil wer das liest, sie wissen ja, wo sie das finden. Sie finden das immer. Und nextscientistsforfuture.de und dann Live-Ticker-Wahlen und dort müssen Sie sich ausschauerhalten nach der richtigen Nummer, wo Sie die Kommentare der WählerInnen direkt anklicken können. Da finden Sie auch die Kommentare, einige, wenige der Kommentare zu den ganzen Auftritten im Internetfernsehen in den letzten Monaten. Na, so, Schluckwasser. Na? Ja, so, was haben wir denn so noch nach dem zentralen wissenschaftlichen Tagesthemen und heute schon da also noch als Kurznachrichten in der wissenschaftlichen Tagesschau heute. Wissenschaftliche Studien. Sie kennen den Satz, und der ist für uns naturwissenschaftlicher Denker leider die absolute Wahrheit. Trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Und Studien sind die, also genau genommen, trau keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast. Trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Studien werden von all den Pseudowissenschaftlern unserer Unternehmen und die oft, wobei diese Studien oft finanziert sind von den Großkonzernen unserer Wirtschaft, ja, Studien werden überall so gehypt, weil sie das ideale Manipulationswerkzeug aller Pseudowissenschaftler sind und aller Dienstmägde der Großkonzerne sind, ja, die, mit denen sie nämlich sie, liebe Wählerinnen, durch und durch manipulieren können, weil man mit Studien so wunderbar blenden kann, obwohl die Tatsache ist, dass es gibt nichts Schwierigeres, als eine wirklich wahrheitsorientierte Studie zustande zu bringen, das gelingt fast niemandem. Überall ist Irrtum, Wissenschaftsirrtum, Wissenschaftsbetrug, Forschungsbetrug, überall ist das enthalten und keine Wahrheit. Die Ableitungen aus Naturgesetzen, die Deduktion, ich habe es ja letztens deutlich gemacht, so Ableitungen an Naturgesetzen wie Gravitation, Massenträgheit, Windkräfte, also Anschubkräfte, anderer Faktoren und so weiter, die entscheiden darüber, wie das Regenwasser sich bewegt in der Welt. Und wenn man davon deduziert, also Deduktionen macht und Ableitungen macht aus diesen Naturgesetzen, dann braucht man keine wackeligen Studien mehr, sondern dann hat man die Wahrheit. Und das zentrale Naturgesetz bei Menschen und Gesellschaften und Systemen und Sparten und so weiter lautet eben Mutation und Selektion, Variation und Selektion. Und wenn man das davon deduziert, dann kriegt man Wahrheiten, mehr Wahrheit, als man je durch Studien jemals bekommen würde. Und dann ist eben klar, genau so, ja, gucken wir doch gerade mal rein, genau so wie sozusagen das Wasser, das Regenwasser immer vom subjektiven Erleben, hier hatten wir es, vom subjektiven Erleben, immer das Wasser hier sozusagen, egal wie viele Windkräfte wirken, egal wie viel Massenträgheitskräfte, ja, ein Fluss fließt schnell, das Wasser fließt schnell und dadurch fließt es quasi horizontal, aber irgendwo die Summe aller Anziehungskräfte, Gravitationskräfte im Universum liegt ungefähr in der Nähe des Massenschwerpunktes der Erde, weil die Summe, weil die anderen Anziehungskräfte der Erde nur relativ gering sind. Also stellen Sie sich vor, ein riesiger Planet fliegt in riesigem Tempo an der Erde, ganz knapp, ganz dicht an der Erde vorbei. Dann haben Sie für ein paar Sekunden vielleicht eine Aufhebung der Anziehungskräfte der Erde und wenn Sie dann hochspringen, genau in dieser einen Sekunde hochspringen oder in den zwei, drei Sekunden springen, dann schießen Sie hoch und erreichen 100 Meter Höhe und wenn dann der Planet, der an der Erde vorbeigeflogen ist, weg ist und seine Anziehungskräfte nicht mehr wirken oder viel weniger wirken, dann krachen Sie auf die Erde und sind tot. So ist die Welt halt und sozusagen und genauso laufen in der Evolution, auch wenn hier bei der Gravitationsgesetze ist ungefähr hier die Region des Massenmittelpunktes der Erde, wo quasi die Summe aller Anziehungskräfte im Universum ungefähr liegt. Und in dieser Richtung landet irgendwann das Wasser, soweit es halt runterkommen kann bis dahin. und wenn dann natürlich dicht ist und geschlossen ist, kann das Wasser natürlich nicht weiter. Aber soweit wie möglich, soweit Lücken sind, wandert das Wasser dahin. Das nennen wir ja dann auch Grundwasser. Und bei der Evolution, Mutation und Selektion ist genauso. Hier sind die entscheidenden Ressourcen. Entscheidende Ressourcen sind zum Beispiel DNA, also Zugang zur DNA, zum Beispiel in den Eizellen. Für die Männer ist es ja interessant, Zugang zu kriegen mit ihren Samenzellen zu der DNA der Frauen in den Eizellen. Also Ressourcen sind also einmal DNS, weil nur so können dann die Männer weiterleben in der Zukunft, wenn sie Zugang mit ihren Spermienzellen also kriegen, dass ihre DNS sich verbinden kann mit der DNS von Frauen. Wenn nicht, sterben sie aus wie die Dinosaurier. Und die anderen Ressourcen lauten eben, das sind so die Zwischendinge, nämlich Futter auf dem Weg dahin. Und Anerkennung, geschätzt werden, geliebt werden, ist natürlich alles auch Wege, an die DNS ranzukommen, der Frauen. Oder umgedreht auch für die Frauen natürlich auch der Weg an die DNS der Männer, der besten Männer ranzukommen. und die besten Gene ranzukommen. Also natürlich ist das auch immer irgendwo auch gegenseitig oder wechselseitig. Und von daher ist es so, dass immer dasjenige Verhalten, das irgendwie zu diesen Ressourcen führt, das wird zwangsläufig gestehen, egal wie viel Wind hier weht oder egal wie viele Nebenkräfte mal zeitweise herrschen. Also können wir ganz klar sagen, ganz ohne Studien, ganz ohne gefälschte Statistiken können wir ganz klar sagen, das Naturgesetz, Mutation und Selektion bewirkt zwangsläufig, dass alles so geschieht und dass hier diese vorteilbringenden Irrtümer, Irrtümer und Wahrheiten und parasitäre Meme und Killerviren des Geistes sich zwangsläufig so verhalten und zwangsläufig das und das in der Welt geschieht, grundsätzlich geschieht. Und damit haben wir ausreichend Wahrheit und brauchen keine wackeligen, gefälschten Studien oder Statistiken mehr. Auf denen hat ja sozusagen dieser Dr. Gregor Hagedorn bestanden quasi. Dabei ist es beim Klima, da würde ich auch auf Studien bestehen. Aber wenn es darum geht, wie man ein Land reformiert, dann reicht das Naturgesetz von Mutation und Selektion völlig aus, um zu erklären, dass man positive Anreize so setzen muss, dass die vorteilbringenden Irrtümer, die Killerviren des Geistes und die parasitären Meme weltweit oder deutschlandweit erst einmal alle aussterben und Gutes tun quasi überall praktiziert wird, sodass bei Ihnen, liebe WählerInnen, Ihnen alle Politiker, alle Wirtschaftsunternehmen, alle Behörden, alle Bürokratien, alle nur noch ein Ziel haben, Ihnen maximal Gutes zu tun. Und das wollen Sie doch wählen, oder? Also, die Parteien bräuchten eigentlich ja jetzt nur, ihr Wahlprogramm ruckzuck umzuschreiben und eben zu sagen, wir lassen uns helfen von mehreren Experten und Reformern, unter anderem besonders von den nextscientistsforfuture.de und schon hätten Sie ein wählbares Wahlprogramm. Jetzt kann man dann einiges noch niederschreiben. Und entscheidend ist, die Parteibasis muss das konsensieren. Nicht mehr an der Parteibasis vorbei, bitte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Wahlprogramme wirklich von den Parteibasen der Bundesparteien wirklich konsensiert worden sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Dass da die gesamten Mitglieder befragt wurden. Bei der Gretchenfrage, werden die Parteien sterben oder leben? Ja. Ja. Also, für echte Wahrheitsfindung sind also diese Deduktionen oder Ableitungen aus Naturgesetzen zigtausendfach wichtiger als diese betrügerischen Studien und irreführenden Studien und Statistiken. Wir sagen ja, wir müssen erst mal überhaupt dafür sorgen, dass es auch nur eine seriöse Statistik gibt. Und das ist extrem schwierig. Zum Beispiel in Großunternehmen oder beim Bundeswahlleiter, beim Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, in den Statistischen Landesämtern dafür zu sorgen, dass dann eben sozusagen die Statistiken nicht mehr betrügerisch sind oder irreführend, sondern wahrheitsorientiert. Das alleine ist unendlich schwierig, aber das machen wir, das kriegen wir hin, ja, die besten Leute da und die besten Kriminalbeamten dann an die Seite dessen zu bringen, dass die also dafür sorgen, dass da nicht mehr gefälscht wird und nicht mehr Betrug gemacht wird und so weiter. Schluck Wasser. Aber eine einzelne Universität, da würde ich niemals auf eine Studie vertrauen. Da stehen alle Türen offen dafür, dass es sich um Betrug, um Wissenschaftsirrtum, Wissenschaftsbetrug oder was auch immer handelt. Da würde ich nie drauf vertrauen. Deswegen, also wenn man Wissenschaft analysiert, muss man immer erst einmal von Betrug und, von Wissenschaftsbetrug und Wissenschaftsirrtum ausgehen und dann ganz vorsichtig weiter überlegen, wo könnte vielleicht ein Körnchen Wahrheit drinstecken. Ja, und dann, ich hoffe, dass gerade jetzt die Einladungen gemacht werden für die nächste Talkshow. Und ja, vielleicht sollte man die so nennen, sollte ich vielleicht gleich mal mailen an den Sender, den Talkshow-Sender. Wählerinnen und Parteimitglieder fragen Experten, Schrägstrich Reformer, nach dem idealen Wahlprogramm, nach dem chancenreichen Wahlprogramm. Ja, so, letztendlich brauchen wir eben eine Wissenschaftsreform, dass wir endlich in der Wissenschaft wieder ein bisschen Wahrheit kriegen und dass es endlich aufhört mit diesen, ja, Statistiken und Studien, denen man nicht trauen kann, weil man sie nicht selber gefälscht hat. Ja, und ich hatte letztens schon begonnen, damit zu sagen, wo ich keine Zweifel habe, also ich habe keine Zweifel daran, dass Darwin und Wallace, dass das sich dabei um vorteilbringende Irrtümer handeln könnte, also um parasitäre Meme, Killer-Viren des Geistes, sondern ich habe eher den, bin zu dem Schluss gekommen, dass alle anderen Konzeptionen von Leben, die sich nicht in jedem zweiten Satz auf Darwin und Wallace stützen, dass diese, dass es sich dabei um vorteilbringende Irrtümer, um parasitäre Meme, um Killer-Viren des Geistes handelt, also um massenmanipulative Gedankensysteme und ja, da bin ich ganz sicher, nach über 50 Jahren Wissenschaft ist man sich dessen dann sicher. Danach, danach jede Analyse der Evolution, nach der Erfindung von Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung, einfach gekonnte Ableitung, Deduktion aus Naturgesetz, Mutation, Selektion heraus und dann können wir mit positiven Anreizen, wir können vorteilbringende Irrtümer und natürlich damit auch alle positiven, parasitären Meme und Killer-Viren des Geistes vollständig aussterben lassen durch starke positive Anreize, VIs aussterben lassen durch PAs. Also, nochmal langsam. Da dieses Naturgesetz, Mutation und Selektion gilt, brauchen wir nur noch analysieren, wie ist die Evolution nach Erfindung von Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung verlaufen, wie kam es dazu, dass es also Schlechtes, den WählerInnen immer nur Schlechtes getan wurde und Gutes tun sich einfach nicht gerechnet hat und wie müssen wir sozusagen jetzt, welche Mess allgemeinen und speziellen Messgrößen müssen wir erheben, davon die positiven Anreize, Verdienstzuschüsse, Karrieremöglichkeiten, was auch immer es an positiven Anreizen beziehungsweise Belohnungsmöglichkeiten gibt, da demgemäß gestalten, sodass dann innerhalb aller kürzester Zeit mit Hilfe der Schulung durch die Next Scientist for Future aller Beteiligten dass dann eben das schlechte Tun aufhört in Deutschland und Gutes tun Ihnen, Ihnen Gutes tun, liebe WählerInnen, das Einzige ist, was übrig bleibt und dass das Gutes tun immer besser wird mit der Zeit und immer perfektionierter wird. Und das wollen Sie doch, liebe WählerInnen. Lesen Sie sich mal die Wahlprogramme in Baden-Württemberg von wir 2020 und die Basis durch. Ja, und die FRAG-Partei, ja, da wird man sehen, wenn die Basis und wir 2020 dann endgültig gescheitert sind, werden wir sehen, ob die FRAG-Partei genügend Manpower hat, um wirklich da vielleicht noch etwas zu retten bis zur Bundestagswahl. Wir haben ja viele Wahlen, aber es sind eigentlich nicht so viele. Also eigentlich lautet die Formel, wer jetzt nicht bei der ersten Landtagswahl 5 Prozent kriegt, 5,0 Prozent kriegt und damit überall in der Gesellschaft bekannt wird, weil plötzlich die Journalisten bei 5,0 Prozent ja alle mit uns reden, mit den Experten und den Parteioberen sozusagen dann reden wollen, dann sozusagen, dann ist die, sozusagen, dann stehen alle Türen offen. Aber bei 4,9 Prozent wird es wahrscheinlich noch nicht einmal erwähnt werden, dass eine von den Neuparteien 4,9 Prozent hatte. Das wird unter Sonstiges laufen. Da steht dann Sonstiges, 8 Prozent oder so. Und das war es dann. Und niemand wird sich die Mühe machen, irgendwo in den Zeitungen rauszukramen, die die Liste der Sonstigen und wie viel Prozent welche Sonstigen gekriegt haben. Das wird niemanden mehr interessieren. Also niemand wird auch nur erfahren, dass es die Basis oder wir 2020 überhaupt gibt, weil das, das wird heißen, Sonstige. So ist es immer. Die Parteien, die verloren haben, quasi, werden gar nicht erwähnt. Alles konzentriert sich nur auf die Gewinner. Also alles konzentriert sich nur auf die, die 5,0 Minimum erreicht haben und alles andere ist, wird noch nicht einmal erwähnt. Sie werden das erleben. Und das wird bei ZDF und ARD genau so kommen. Vor allem da ja diese Parteien auch noch einen schlechten Ruf in der Medienlandschaft haben. Ja. Dann nochmal anderes Thema. Bürgerparlamente hatten wir ja oft in den Talkshows jetzt. Bürgerparlamente sind verfassungsrechtlich bedenklich, weil die Verfassung jedem Wähler garantiert, ohne großen Arbeitsaufwand an Wahlen und Volksentscheiden teilnehmen zu dürfen. Die Bedingung, dass jemand bereit sein muss, einen Monat lang Karriere, Rückschläge zu riskieren, in dem er einen Monat quasi für die Politik arbeitet und ansonsten keinerlei Wahlberechtigung mehr hat, also quasi ausgeschlossen ist, seine Wahlberechtigung damit erlischt, sozusagen, wenn er dann darauf verzichtet und sagt, ich kann das nicht riskieren, jederzeit kann es zu einer Beförderung bei uns kommen und dann, wenn ich nicht da bin, werde ich automatisch übergangen, sozusagen. und solch ein Entzug des Wahlrechtes ist verfassungsrechtlich wahrscheinlich nicht nur bedenklich, sondern ist verfassungswidrig, weswegen dann damit das Konzept der Bürgerparlamente ja schon gestorben wäre. Ich habe gestern mit Leuten gesprochen, die dann eher dafür sprechen würden, na gut, Bürgerräte vielleicht dann am Wochenende, ja, das kann zumutbar sein, ja, sowas, das ist ja so ähnlich wie unsere Vorwahlensysteme, wir sagen ja, wir wollen alle, circa alle drei Monate einen Volksentscheid, Vorwahlensysteme und wenn man da alle zehn Jahre einmal vier Stunden aufwenden muss für so eine Vorwahl oder wenn es online wäre, zwei Stunden dafür, drei Stunden dafür aufwenden muss für die Teilnahme an einer Vorwahl, das ist noch vertretbar. Ja, das kann ja dann am Feierabend sein, ja, und oder eben das mit diesen, aber auch schon diese Entscheidung, ja, dass also Bürgerräte am Wochenende, da muss sich ja dann jemand, der das ganze Jahr über hart arbeitet, wieder dafür entscheiden, wenn ich Wahlrecht haben will, dann muss ich bereit sein, ein Wochenende, das eigentlich der Familie oder den Liebsten zusteht, zu opfern dafür, dass ich jetzt an einem Wahlprozess teilnehme. die Frage ist, ob das nicht auch schon verfassungsrechtlich bedenklich ist, sozusagen solche, denn ein ganzes Wochenende ist etwas ganz anderes als drei Stunden oder vier Stunden für eine Vorwahl und das alle zehn Jahre, ja, ich weiß es nicht, ob alle zehn Jahre dann ein ganzes Wochenende opfern, ob das nicht schon wieder zu viel verlangt ist, muss man sehen, muss man sehen, auf jeden Fall ist es vernünftiger als ein ganzer Monat für die Bürgerparlamente zu opfern, ja, und da vielleicht genau die, bei der entscheidenden, alles entscheidenden Beförderung übergangen zu werden, ne. Ja, das war es schon wieder für diese wissenschaftliche Tagesschau heute, ich hoffe, dass die Parteien und, oder die Großunternehmens, also die, die größten Managementkonzerne, dass da also Vernunft einzieht und man sich auf die einzige Quelle von Wahrheit in der Welt konzentriert, auf Weltrat und den Arbeitskreis next scientists for future .de und alles andere ist so traurig unwahr und so traurig irreführend und die wenigen Personen, die jetzt hier bis zu Ende hören, ja, sie wissen ja auch selbst, wie schwierig es ist mit Wahrheiten, dass eben alles andere so voll von Irrtum ist, vorteilbringenden Irrtümern, parasitären Memen, Killer Viren des Geistes und die meisten Menschen, mit denen man redet, die erzählen einem nur ihre vorteilbringenden Irrtümer, ihre parasitären Meme, ihre Killer Viren des Geistes, durch die sie einer Gehirnwäsche unterzogen werden und verbreiten diese Viren des Geistes einfach immer nur weiter. Traurig ist es, aber wahr ist es. Ja, tschüssi, bis bald.